In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie unterschiedliche Benutzer in Ihrem Insta-Cloud-Account hinzufügen können, um so zum Beispiel manchen Benutzern zu ermöglichen, einzelne Kameraaufnahmen zu sehen, beziehungsweise anderen Benutzern, denen Sie vielleicht eher vertrauen, dann auch Einstellungen ändern zu können in der Cloud. Dazu loggen Sie sich einmal mit Ihrem Hauptaccount in Ihrer Insta-Cloud ein und gehen Sie dann hier im oberen Reiter auf Administration und dann hier auf Benutzer. Wir sehen jetzt hier, wir haben noch keinen Benutzer angelegt und wir können jetzt hier einen neuen Benutzer anlegen. Neue Benutzer kann nur der eigentliche Besitzer dieses Cloud-Accounts erstellen. Also können wir jetzt hier einmal einen neuen Benutzer erstellen. Wir nennen das jetzt einfach mal Tochter, das heißt, unsere Tochter hat jetzt einen Gastzugang, das nennen wir jetzt einmal den Cloud-Gast-at-insta.de und dem Ganzen müssen wir jetzt auch noch ein Passwort vergeben und können jetzt hier auch einstellen, was dieser Benutzer für eine Sprache benutzt, beziehungsweise welche Rechte er hat. Also wir wollen jetzt unserer Tochter einmal die Rechte des Besuchers geben, also des Gastzugangs, und tun jetzt hier einen Benutzer anlegen. Der Benutzer bekommt jetzt eine E-Mail zugeschickt und in dieser E-Mail befinden sich dann die Zugangsdaten dieses Benutzer, mit denen er sich entsprechend anmelden kann. Wir tun jetzt einfach nochmal einen Benutzer erstellen. Das ist jetzt zum Beispiel unsere Frau. Und hier müssen wir jetzt auch wieder die E-Mail-Adresse eingeben dieses Benutzers. So, dieser Benutzer soll jetzt die Rechte bekommen, das Ganze auch noch zu bearbeiten. Wir gehen jetzt hier einmal auf Anlegen und dieser Benutzer bekommt jetzt auch entsprechend eine E-Mail mit den Zugangsdaten zugeschickt. Und wir könnten jetzt auch noch einen Administrator hinzufügen. Der hat dann natürlich entsprechend wesentlich mehr Rechte als jetzt ein Besuchter, beziehungsweise Bearbeiter. Um Ihnen das Ganze jetzt einmal zu veranschaulichen, tun wir einmal uns abmelden und hier mit dem Account unserer Tochter anmelden, die quasi nur Besucherrechte hat. Wir können jetzt bei unserer Tochter hier auf der rechten Seite auch nochmal in die Rechte definieren, die es gibt. Wir haben zum Beispiel jetzt hier den oberen Menüpunkt, also den oberen Reiter Kameras. Der ist für einen Besucher standardmäßig deaktiviert und auch die Kameras setzt. Das heißt, dort kann man nichts einstellen oder verändern, sondern der Besucher darf lediglich hier die Alarme anschauen. Das heißt, da hat der Benutzer dann das Recht eines Besuchers. Man könnte das jetzt hier auch ändern auf ein größeres Recht, dass dieser Besucher oder Benutzer mehr darf. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nur, dass es Besucherrechte sind. Und hier können Sie auch nochmal individuell die Rechte der einzelnen Kameras auswählen, und sehen, ob der Benutzer darauf Zugriff hat oder halt nicht. Wir tun das Ganze jetzt hier einmal speichern, beziehungsweise wir sagen, dass die Kameraeingang Shenzhen, die soll für diesen Benutzer deaktiviert sein, einfach um Ihnen das einmal zu zeigen. Wir tun das Ganze jetzt abspeichern und tun uns jetzt hier einmal abmelden und melden uns jetzt mit dem Gastzugang ein, den wir für die Tochter festgelegt haben. Und wenn wir uns jetzt hier einloggen, dann sehen Sie schon hier oben, wir haben jetzt hier nicht mehr Administrationen, wir haben auch nicht mehr Kameras oder Kamerasets, sondern wir haben lediglich hier unsere Alarme, die wir angezeigt bekommen. Und hier auf der linken Seite fehlt uns jetzt auch diese Kamera Shenzhen. Die wird uns hier nicht angezeigt, weil dieser Benutzer dafür nicht die Rechte hat. Um Ihnen jetzt auch nochmal zu zeigen, was der andere Benutzer kann, den wir quasi Frau genannt haben, gehen wir jetzt hier einmal auf Cloud User und melden uns mit diesem Account an, den wir erstellt hatten. Gegenüber unserem Betrachter, der nur die Alarme sehen kann, sehen wir jetzt hier auch schon, hier haben wir als Benutzer auch die Kamerasets zur Verfügung, die wir auswählen können, beziehungsweise die wir erstellen können. Und sehen auch hier alle Kameras, das heißt diese Eingang Shenzhen, die wird diesem Benutzer angezeigt, unserer Tochter wird sie nicht angezeigt. Und so können Sie sich sehr schön die Rechte und alles so individuell einstellen, wie Sie es möchten. Das heißt, es ist vor allem dann ratsam, wenn Sie mehrere Mitarbeiter zum Beispiel haben oder Familienmitglieder, denen Sie Zugriff auf Ihren Cloud Account geben möchten. Um Einstellungen an Ihrem Account selbst vorzunehmen, müssen Sie sich natürlich mit Ihrem Hauptaccount anmelden, denn nur mit dem Hauptaccount haben Sie dann hier oben auch den Menüpunkt Administration, um entsprechende Einstellungen vornehmen zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Menüpunkt Benutzer soweit erklären. Sie können hier auch einzelne Benutzer wieder löschen, beziehungsweise natürlich auch jederzeit neue Benutzer hinzufügen. Schauen Sie sich auch unsere anderen Videos an, wo wir den Menüpunkt Alarme, Kamerasets, Kameras und viele weitere Funktionen der InstaCloud erklären.